Eine Viertelstunde noch. Nur noch eine Viertelstunde. Gar kein Problem, das kriege ich hin. Okay, mach mich bleiben. Schon gut. Ich mache das jetzt fertig. Großartige Leistung. Du würdest jetzt gern von jeder Tierart mindestens ein Jungtier in deinem Park sehen. Schaffe also optimale Bedingungen für deine Schützlinge. Auch sollten viele zufriedene Besucher den Park erkunden. Nein. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck euch. Scheiße. Boah. Mann. Ich dachte gerade, ich hätte es. Ich dachte echt gerade, ich hätte es jetzt. Ich weiß es genau. Boah. Boah. Ich meine, was ist denn das, ey? Boah. Na. Fehlen mir echt die Worte. Okay, jetzt kriegt ihr euer verdammtes Hügelland. Ein bisschen freundlicher und ein bisschen größer und... Ich sag's euch. Heldatz. Okay. Aus Rastlevel. Vier. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was das in Minecraft war. Und inwiefern ich da ausgerastet war. Bing. Aber ich glaub, das war... Aus Rastlevel. Ja. Ich glaub, kommt hin. Alter, ich sag's euch. Ein Panda züchten. Und ich sag's euch. Wenn's jetzt klappt, ne? Weil ich jetzt hier keinen... Diese Zacken nicht habe, sondern Hügel. Ne? Und so. Dann hagelt's Arschgranaten. Aber das kann ich euch sagen. Ich sag's euch. Oh, ist mir jetzt scheißegal, ob das ausläuft oder nicht. Is mir Wurst. Ja? Is mir sowas von Schweinewurst. Paart euch. Schneller. Bitte. Danke. Bitte. Paaren. Sofort. Danke. Paart euch. Zack, zack. Ich will die kleine Panda sehen. Ich will die Submission endlich haben, Mann. Ich mein, ihr wollt mich doch verarschen. Nichts, quietsch, quietsch. Muss ich auch einen Säbelzahn-Tiger züchten? Nein. Nein. Bitte nicht. Ich mein, ihr habt einen Säbelzahn-Tiger gezüchtet. Ähm. Ähm. Fuck, ich ist das jetzt nicht. Paart euch. um Gottes Willen passt euch endlich. Ich wäre euch unendlich dankbar dafür. Ich meine, ich habe schon 3 Millionen gemacht. Oh, ich bin entzwiegt. Oh ja, es ist Wanger. Wow. 139 Tage warten. Fuck you too. Dann möchte ich den Trainingslevel gern wieder haben. Jungs hier verkaufen. Alle. Ja, mein Trainingslevel bin ich zurück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, also ohne Jungtiere haben wir den Trainingslevel schon. Gut. Dann heißt es jetzt nur noch warten. Dann bis dann. Ähm. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Yeah. Wow. Wow. Ähm. Wie ist das Vieh da rausgekommen? Ähm. Das ist logisch. Ähm. gut. Opa ist grad weg. Ähm. Blablabla. Ausgeschlüpft. Ähm. War nicht beabsichtigt? Ups. Ach. Das sind viele. Oh. Okay. Der wurde wohl wirklich verletzt. Ups. Ähm. Vom Tiger? Okay. Dann doch noch. Wir sagen, der verschwindet jetzt auch. Aber ich glaube, dass wir dann wirklich zu viel... Hm. Das ist logisch. Ähm. Verruggen? Nope. Der füte. Uzi. Und. Und. Es fällt mir weg. Champagner, Brunke, Jungen. Dammit. Hm. Was war's? Riesenbeiner, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Junge, maau. Weil ich mich gleich noch erleben darf. Okay. Durchschnittlicher Trainingslevel und gute Zufriedenheit. Verhungern gibt's nicht, ne? Da ist Futter. Genau das. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Ich will weiter durchgehen. Das habe ich gerade weggemacht. Rejuana auch. Gepardin. Gorilla. Das war. Das war. Ehi, ich weiß nicht. Das war. Ich weiß nicht. Ich bin so durstig. Dann trinkt mal. Oder halt immer, oder? Okay, jetzt noch Besucher. Das wird zwar nicht klappen, aber, ne, und so. Warum mache ich das? I don't know. Ich bin genial. Okay, es ist schon nach drei Viertel. Aber ich will mich ja nicht beklagen. Ich habe ja gerade hier so einen Run. Ne, kann man nicht einfach so lassen. Okay. 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 Du hast deinen großen Kindheitstraum erfüllt und deine ganze Familie ist stolz auf dich. Du hast vielen Tieren eine neue Heimat gegeben und bist dabei der weltweit am meisten anerkannte Tierparkmanager geworden. Damit hast du allen bewiesen, dass du ein wahrer Wildlife-Park-Meister bist. Puh, mein Herz. Alter. Lass dem Scheiß. Habt ihr eine Ahnung, wie ich gerade zusammengezuckt bin? Reicht doch nicht, dass ich schon von gestern Muskelkarte habe. Nee. Ich zuck auch noch zusammen, dass ich mir gleich den Hals verrenke. Scheiße, ey. Boah. 4 Stunden. 35 Minuten und 13 Sekunden. Summe aller Tiere 607. Holy shit. Summe aller Besucher 818. Summe aller Angestellten 43. Summe aller Einrichtung 245. Summe aller Pflanzen 19. Alle Einnahmen 7.385.308. Alle Ausgaben 4.100.000. Nee. 4.130.050. Und überschusslich in die Form. Holy fucking shit. Ich bin am Ende. Ha. Ich bin ein... Ich fang immer richtig jung. Boah. Richtig professionell. Also. Weil das hier nicht von selbst durchläuft, mach ich jetzt das mal. So. Das war's dann wohl. Mit Wet Love Park 2. Holy moly. Hab ich zu knabbern gehabt. Ihr wahrscheinlich auch. Ähm. Das war definitiv nicht interessant. Ich fand es selber ätzend. Also. Ja. Und so. Es war scheiße. Also manchmal war's ja ganz nett. Aber. Holy moly. Es war. Boah. Diese Aufgaben. Von dieser Endmusik mal ganz abgesehen. Bei der ich jedes Mal einen Herzinfarkt bekomme. Ne. Also. Ne. Und so. Da müssen wir echt immer drüber reden. Das geht echt nicht. Komm. Ich lese das hier nicht vor. Aber. Na. Ihr könnt es vielleicht lesen. Und wenn nicht ist auch okay. Okay. Ja. Ich hab gar keine Worte dafür. Ich bin so froh, dass ich's endlich hinter mir habe. Also. Das nächste LP kommt. Kommt. Ziemlich bald. Ich nehme es morgen bereits auf. Am. Samstag. Wen auch immer das interessiert. Oh. Ich hoffe. Da hab ich dann nicht so. Ich hoffe da häng ich dann nicht so. Weil es wird lange. Aber. Egal. Lasst euch überraschen. Und. Äh. Vielen Dank wenn ihr das wirklich angeschaut habt. Also das verdient jetzt schon wirklich Respekt. Das verdient verdammt viel Respekt sogar. Also. Boah. Ich weiß dass ich nicht der beste Lesplayer bin. Und ich weiß dass ich nicht die beste Stimmung reinbringe. Und ich weiß dass ich nicht immer pausenlos quatschen kann. Und dass ich aufgrund meines jungen Alters ein wenig eingeschränkt bin. Bin ich wieder. Ich kann halt nicht immer pausen so einteilen das grad passt. Ne. Ich mein irgendwann vielleicht. Ich glaub das Ganze ein bisschen besser. Ein bisschen organisierter. Aber. Mh. Mit 13 ist halt ein bisschen doof. So. Danke. Also. Danke dass ihr dieses. Spiel mit verfolgt habt. Es war mir ein Vergnügen. Nicht. Also teilweise schon. Aber. Ich sag's immer wieder. Es war. Enstrengend. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.